Digitalisierung stellt die altbewährten Spielregeln des Marketings und speziell der Werbung auf den Kopf. Nehmen wir zum Beispiel ein OTC-Produkt, welches sich etablieren, halten oder verkaufen soll. Früher war das einfach, denn Familie Schweizer saß Abend für Abend um das Lagerfeuer TV und freute sich auf 8 Minuten Werbeunterhaltung pro Tag. Heute gibt es allein in der Schweiz über 60 Sendermöglichkeiten für TV-Werbung. Medienfragmentierung, Informationsflut und das veränderte Nutzungsverhalten der Konsumenten machen ein Erreichen der Zielgruppe immer schwieriger. Was also tun, fragen sich Werbe- und Marketingverantwortliche zu Recht. Der Erfolg liegt in einem präzisen Targeting, das heißt dort werben, wo sich der Konsument mit Sicherheit befindet und empfänglich für Werbebotschaften ist. Für Healthcare- und Beauty-Produkte ist das die Apotheke oder Drogerie. Denn egal wie und wo ein Kunde auf das Produkt aufmerksam wurde, gekauft wird es immer am Point of Sale. An diesem wichtigen Touchpoint, wo 70% der Kaufentscheide fallen, heißt es für jedes Produkt noch einmal auffallen und sich beim Konsumenten kraftvoll in Erinnerung bringen. Der Healthcare- und Beauty-Channel hilft dabei, indem er TV, Print oder Plakatwerbung direkt zur wartenden Zielgruppe transportiert und somit den entscheidenden Kaufreminder setzt. Immer im Großformat, immer im richtigen Umfeld und immer dynamisch sichtbar. Unterstützen Sie Ihre Produktkampagne und werben Sie dort, wo Kunden kaufen. Mit der größten digitalen POS-Werbeplattform in Schweizer Apotheken und Drogerien, dem Healthcare-and-Beauty-Channel von XCOM Media.